Für immer jetzt auf Twitter fragt, ob es wahr ist, dass die Deutschen nicht Squirrel sagen kann. Ich mache dieses Video, um zu zeigen, dass es mindestens einen Deutschen gibt, der Squirrel sagen kann. Oder sage ich das falsch? Squirrel. Aber das deutsche Wort für Squirrel ist Eichhörnchen. Für Nicht-Deutsche ist dieses Wort auch sehr, sehr schwer auszusprechen. Was meint ihr? Ist es einfacher, Squirrel auszusprechen? Oder ist es einfacher, Eichhörnchen auszusprechen? Eichhörnchen Squirrel Eichhörnchen Squirrel Bis bald Tschüss!